Willkommen zurück zu Hero Siege. Wir haben ja beim letzten Mal im Online-Multiplayer die Story komplett durch, auf jedem Schwierigkeitsgrad, und werden jetzt anfangen mit den Wormholes. Ein paar Keys haben wir. Wie viele Wormholes es sind pro Aufnahme oder etc. pro Video, wissen wir aktuell noch nicht. Das werde ich immer aufgrund der Zeit dann entscheiden. Zeit habe ich ungefähr im Blick. Das heißt, wir werden gucken, ich weiß nicht, vielleicht 15 bis maximal 20 Minuten länger würde ich das Video halt nicht unbedingt halten. Ich würde auch sagen, wir beginnen. Du weißt, wie viele Keys du hast? Kann ich dir sagen, ich habe jetzt sechs Stück. Du hast jetzt sechs. Ich habe sieben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt aufmache. Wie viele hast du jetzt? Sechs. Ich habe auch sechs. Okay, nee, dann wurde mir eins abgezogen. Geh mal rein. Okay, nice. Wird nicht. Wer ist? Dann lass mich. Kommst du nach? Easy, ja. Guck mal jetzt, wie viele du hast, während wir noch die Zeit haben. Sechs. Okay, dann wird es mal von jedem eins nachgezogen. Dann gehen wir jetzt hoch. Ja, ich bin jetzt zuerst runter. Wir müssen auch jetzt alle Gegner töten. Das haben wir jetzt neu gemacht. Damit unten das Ding aufgeht, das... Ah, nice. Boah, ich habe das Hero Level 1. Ähm, warum hast du gerade nur 30 Millionen? Nice. Ich pack mal ums die Schuhe. Das war der Monster. Gerade gestorben, glaube ich. Ja, nee, das sind normaler und nicht Gegenstände, Digga. Warte, warte, warte. Ernsthaft? Aber ich habe gehofft, nein. War mal. Sag mir hier, Schuhe, okay, rein. Nice, sehr gut. Sehr gut. Gut, würde ich sagen, direkt im Ross? Ja. Die spawnen hier immer ein bisschen komisch, muss aufpassen. Das spawnen ein bisschen früher. Ah, oh ja. Ja, das ist so dumm gemacht, ey. Okay, man muss ja nur wissen. Ja. Hast du das alte Monsterkreide? Hat gar nichts fallen lassen, ne, lustigerweise? Ja, ja, das wird auch nicht als World gezählt. Was da, dann ist es auf der Map. Ja, erstmal hier Power, also upen. Hier den Schalter, das habe ich gemacht. Und dann mache ich das nächste auf. Das ist am Schluss zu 6. Gut, du leckst hier auf mein Wall? Ah, wow, okay, nice. Ja, du kannst von hier aus direkt Wall-Wall aufmachen. Ja. Spart's halt Zeit, ne, muss nicht mal wieder raus. Ja, das ist richtig. Das ist mal richtig nice. Wir könnten dann übrigens auch einsteigen kurz fürs nächste Mal, dass nur noch satanische und mystische Gegenstände eingestellt werden. Nö, nö. Das ist doch so, ist doch egal. Also, bei mir ist nichts. Hey, warte. Ah, mystische Armour. Kannst rein. Ja. Und jetzt reicht der eine Runde. Nach nur eine Front. Naja. Der hat jetzt schon 1,8 B. War das ein anderes Level. Der ist so klar rein. Weil der ist ja auch easy down mit einem Schaden, ne. Ultra weggeknallt, alter. Das ist drei mystische Gegenstände. Sogar eine Waffe ist dabei. Ein mystischer Gegenstand, zwei letztchen Dämonen. Das ist, glaube ich, noch zu schwach. Ich glaube, das Swarmhole ist nicht hoch genug. Nö, nö. Komm, hier öffnen. Warte, mach ich. Ah, nö. Das mischt doch so lange ich noch ab. Stufe 11. Guck. Also, im Übrigen ist es auch, also, falls du es nicht weißt, für die Zuschauer, ist es immer aufgrund der Zeit gemessen, um wie viel man das Swarmhole erhöhen kann. Also, wir sind jetzt relativ schnell, hier beim Clearen immer, vor dem Boss. Das heißt, wir können immer, oder jetzt aktuell, plus 5 Stufen erhöhen. Das Swarmhole. Also, das nächste Swarmhole dann eben immer. Wenn wir jetzt zu langsam werden, dann wird es halt nur noch plus 4 gehen, plus 3 und dann irgendwann noch plus 1. Schau mal, da wird es ziemlich gut durchkommen. So, jetzt wieder. Wir wissen nichts. Okay, ja. Rein. Wird wieder ein plus 5 gewesen sein. Nice. Und Spawned. Oh, 3,1 B hatte mittlerweile schon. Krass, ja. Also, gerade der Wettmacht, ich bin schon mal von gar nichts. Und Mystische Waffe. Oh, bei mir auch. Und zwei Braumhuckies. Nice. Oh, ja, bei mir auch. Und plus 16 schon. Krass. Also, die Videos gerade mal 5 Minuten lang. Äh, ich gehe, ich clear links, du rechts. Nö. Also, bist du links alles gekleert, hast du rechtst. Du vielleicht die Hälfte. Egal. Ich finde, die Piraten einige stärker als die Marksmänner. Man muss schon deutlich stärker, ja. Aber es hat echt nur wenige Rapid Fire. Habe ich das Gefühl. Ja, schon, aber übrigens hast du da ein Damage Spike, war ich. Bei mir gar nicht. Ich mache es ja auch falsch oder so, keine Ahnung. Okay, du hast dir echt Zeit gelassen. Nee, nicht wirklich, ne? Oh, die Shit, Alter. Ich habe komplett gecleert. Ich habe unten sogar am Anfang alles schon gecleert. Mit dem Rapid Fire und bin dann, äh, oben lang und dann zu dir. Der Pirate ist schon insane. Oh, toll. Fliegen. In mir. Ja. Ich merke es. Also, die machen gar keinen Schaden. Ja, zum Glück. Noch nicht. Nice. Mega easy. Total. Oh, satanisch ist aber nett. Ja, bei dir die Drops sind aber auch on point. Die sind wenigstens ganz gut, ja. Bei mir passiert ja gar nichts. Und ein 20er. Schade, diesmal nur plus vier. Aber zu langsam. Sorry, ich bin zu langsam. Dann das zusammen. Hier links lang. Oh, I'm way. Wir machen jetzt schon allerdings schaden, ne? Ja. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ich bin schon mal rechts. Scheiß einfrieren. Ich hasse die fucking Schneemap hier, Anna. Ja, auf jeden Fall. Was ist da? Ja, ich auch. Bei mir liegt nix. Ja, ich gehe rein. Nein, rein rein. Oder so. Der Boss spawnt ultra schnell, Mann. Bei rechts und allen anderen Bossen ist das insane, ja. Oh, toll, ich hab Doppelfliegen. Okay. Okay. Doppelfliegen, nice. Hatte ich so auch noch nicht. Weil Damien und so weiter können wir nicht spawnen, ne? Hm, soweit ich weiß nicht, aber... Aber man weiß ja nicht. Daumen. 5x5B, easy, weggeknallt. Oh, miss, ja, Helm. Oh, Helm, Alter. Da könnte Ding drauf sein. Oh, echt? Ja, und bei den Aktenviechern. Nochmal? Ich dachte, bei den Aktenviechern. Nee, nein. Mittlerweile nicht mehr. Nee, generell nicht. Okay. Nur bei den Aktenviechern droppt er immer nur eine besondere Art von Ausrüstungsstück als satanisch. Genau. Das kannst du gezielt farmen. Naja, okay. Die können aber auch so droppen. Ich habe das verstanden. Aber bei mir war nicht drauf, leider. Scheiße. Ah, dann auch noch so schlecht. Also, du sagst lieber stärker als Samina, ne? So spiele ich jetzt, ja. Ja, warte, mach. Also, weil halt meine Sachen so skalieren. Das ist ja nur ein Skalierungsgrund. Oh, wow. 11.100 Energy. Nice, Digga. Ey, nur Scheißdreck habe ich gefunden. Richtig gut. Okay, komm, go. Willst du euch mal? Äh, kannst machen, wenn du willst, ja. 25er schon. Lass mich rein. Äh, lol. No fucking way, oder? Okay, wenn ich aufmache, zählt es nicht. Nee, oder? Oh, lol. Ah, doch jetzt. Ich musste voll weit nebendran laufen. Hab's gesehen, Mann. Oh my gosh. Okay, das ist auch von die Armbrustlevel. Ähm. Wird nur dezent lustig, oder? Ich hab's mal in eine neue Waffe ausgepästet, ne? Okay, ich bin fast tot. Ich hab's ziemlich kassiert. Hab's gesehen in deiner Art, ey. In beiden. Den haben wir noch immer noch kassieren. Was ist das Problem, Lano? Ja, als Ambrustlevel ist das nicht so lecker. Nee, überhaupt nicht. Wo klärst du denn links, oder was? Ich bin auf dem Weg. Ja, ja. Okay, okay. Ah, nice. Äh, bei mir liegt gar nichts. Nö, fein. Nice. Uh. Aber wir sind echt schnell, alle. 25er schon. Ja, geht ganz gut, aber wir kriegen noch keine Erfahrung. Ja, wir kriegen auch, äh, keine Ausrüstung. Also keine Wünsche. Nichts zu müssen. Ja, schon, aber... EP wäre schon mal ein bisschen wichtig. Ja, auf jeden Fall. Weil wir erst noch der 1 sind. Oh, nice. Kann der auch was, oder? Nö. Warum denn noch? Drecks Boss a la, ich hasse ihn. Echt ein komischer Boss. Oh, zwei Wormhole Keys. Oh, lol, da liegen noch Gegenstände. Nichts schon Waffe. Hm, für mich auch. Amor, und das ist nicht alles. Amor, Rotz. Oh, please. Ah. Ja, wir sind immer im Moment an dem Punkt, wo der Drop ultra scheiße ist. Ja, bei mir geht's noch, zum Glück. Ja, bei dir. Kann man daran liegen, dass ich schon guten Shit habe, oder so. Ich weiß es halt nicht. Uh, ich hab nochmal eine Waffe gefunden, die besser ist, dass meine. Guck mal. Und da steht jetzt mittlerweile, ähm, beim Level-Wach irgendwas im Klammer mit dabei, ne? Äh, bei den Ding mal zwei Waffen. Ja, zum Beispiel. Ja, das war wohl. Äh, nicht Wormhole, das Hero-Level. Aber warum? Weil. Ach, wir können uns eine Waffe finden für deinen, also für Level 150, also braucht Level 150 und Hero-Level 2 zum Beispiel. Da kannst du nicht ausrüsten, zum Beispiel. Oh, nice. Das ist mal ganz gut. Oh, richtig nice. Ja, bei mir ist nichts. Nö, rein. Ja, das ist die cool, uns nicht mal weggehen, ne? Wenn du hier reinkommst. Ich bin mit auf, weil auf, cool, noch für sieben Sekunden. Sechs, fünf. Oh, war. Das ist so belastend, ey. Drei. Schon blöd, auf jeden Fall, ja. Ja. Macht der Damage mal ein. Du, Mist, alter. Da, der, der ist mir rechts. Ja, muss ich sehen. Okay, das macht Schaden. Fuck. Fuck. Die tot. Die Runden. Ja, die großen Kugeln haben dann Damage gemacht. Ich dachte, ich tank sie einfach. Für die Kleinen hat keinen Damage gemacht. Pass auf. Ja, ist richtig. Okay, bei mir hat es jetzt auch keinen Schaden gemacht. Geh, die großen Kugeln. Lol. Die Kleinen machen bei mir schade. Hä? Geh, das ist so komplett rein. Widerblämmig. Die Kugeln. Ja. Oh, noch eine mystische Waffe. Junge, Alter. Boah, läuft bei mir, sagst du. Oh, ich hätte gerne satanische, Alter. Mit 2 Millionen Damage oder so. Oh, nice. Redakte. Ähm. Ich überlege. Ich tue 35 schon. Ich überlege gerade, wir können. Ich glaube, das hier noch machen und dann ist die erste Folge schon so weit um. Ja, nice. Äh, links links. Mhm, klar, ich gehe runter. Boah, ich bin fast tot, ey. Oh, fuck, ich auch. Ich bin von irgendwas. Ich bin down. Oh, dicker, mach das nicht. Ich habe irgendwas kassiert, Alter. Ich weiß nicht, was warst du auch. Oh, wow. Ja, sorry. Kein Thema, Digga. Bei der Fall absolut gar kein Schaden. Da nix denn, ne? Ne, oben. Wow. Das ist aber mein Minion. So, einfach nicht zu sterben. Äh, das reicht nicht. Ich sehe von der Zeit, das ist eh, jetzt eh schon ab, äh, abgebockt. Ist doch egal, ob es wirklich schaffen ist, oder? Ja, ist klar. Oh, danke. Boah. Fast gestorben dabei, Mann. Ich gehe mal die Seite. Ich weiß nicht, was es war. Irgendwas hat mir übelst in Damage geknallt. Hm? Ich glaube, ich bin über irgendwas drüber gelaufen, was nicht so gut war. Okay, ich bin gestorben. Okay. Wie viel Leben bei dir noch? Keiner darf für den Fall. Oh, links geht's noch einer. Ja, ich weiß. Dann geht du schon mal zum Boss. Eigentlich unnötig, hätte ich gar nicht wieder überleben brauchen. Ah, time waste. Ja, scheiß drauf. 9,5 B. Krass, oder? Oh, wow, der hat fast gewohnt. Wie viel höher sollten wir eigentlich gar nicht stellen, ne? Doch, klar, warum nicht? Oh, wow, diese Kugel. Ja, klar. Wo liegst du? Oder? Äh, da irgendwo, genau. Kein Waffendrop. Nö, bei mir auch nicht. Drei Müschen, das war's. Und Gold. Schlüssel, jawohl. Bei Mom Halls, jawohl. Ähm. Ne. Aber ich würde sagen, wir gehen in die Stadt zurück. Oder ne, wir können eigentlich hier drin bleiben. Dann werden wir da noch eins machen wahrscheinlich. So, Leute, das waren die ersten Warm-Hulkies. Krass, wir sind schon bis Stufe 38 gekommen. In der Zeit, war ziemlich nice. Ähm, beim nächsten Mal machen wir ab hier direkt, äh, weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Rein. Das war's. Bis zum nächsten Mal.